Willkommen auf dem Permakultur-Kanal. Hi, ich heiße Tanja und ich Gärtner nach dem Permakultur-Prinzip. Diese Woche kommen endlich mal die ersten Kartoffeln in die Erde, ist aber vollkommen mit Portulak belegt, also heißt es erst mal ernten und dann in die Lücken einpflanzen. Zwischen März und April ernten wir so viel wie es geht Winter-Portulak. Das ist unser Blattgemüse und natürlich Salat. In die Lücken kommen nach und nach Pflanzkartoffeln rein. Was kann man jetzt schon im Garten ernten? Das ist zum Beispiel die Nessel, die kleine Schwester von der Brennnessel oder die Blätter von den Brombeeren. Die kommen in eine Brombeerbowle rein. Die Butterblume, die macht sich auch sehr gut im Salat. Und so muss ein Beet im April aussehen. Vollkommen bepflanzt. Von Giersch, Mangold bis Winter-Portulak ist es alles dabei. Giersch und Mangold vom letzten Jahr sind auch gerade erntereif. Die machen sich toll in der Gemüsefahne oder in meinem Lieblings-Gemüsestrudel. In die Lücken dazwischen kommen die Amaranth-Samen und ungefähr in zwei Monaten haben wir Amaranth-Blattgrün. So schaut die Pflanze im Herbst aus. Da kann man schon die Wedeln sehen. Da sind die Samenkapseln drin. Über den ganzen Sommer kann man aber das Blattgrün ernten. Und zwar hat das Blattgrün nicht so viel Squalent wie die Samen, trotzdem ist es ganz gesund und lecker. Vor zwei Wochen habe ich auf einem Acker Mangold ausgesät. Mangold soll hier dauerhaft bleiben. Dazwischen ist aber ganz viel Topinambur gekeimt. Und jetzt versuche ich mal, so schonend wie es geht, und schwupps, habe ich ein paar Ameisen gestört, Topinambur-Keimlinge rauszuziehen und die vielleicht woanders einzupflanzen. Wie du schon bereits weißt, ist Topinambur eine ganz tolle Wintergemüsesorte. Diese wird von November bis März geerntet. Die ersten Mangold-Keimlinge sind tatsächlich schon da. Hier soll dauerhaft ein Mangoldbeet entstehen, also Mangold soll sich von alleine aussahmen. Daneben ist ein Stückchen Brennnesselacker. Brennnessel und Mangoldstrudel mache ich ziemlich oft. Ein Rezeptvideo lasse ich dir in der Videobeschreibung. Und hier sind die Topinambur-Keimlinge. Die werden weiter eingepflanzt. Jedes Jahr versuche ich, die Erde so fruchtbar wie möglich zu halten. Dazu gehören die Experimente mit der Wurmfarm. Ich beobachte die Tiere sehr intensiv. Unglaublich, wie die Biester gepfressig sind. Die Fruchtbarkeit in unserem Garten verdanken wir tatsächlich diesen kleinen Tieren und natürlich einigen anderen, die in einer Koexistenz mit Kompostwürmern leben. Einmal in der Woche schaue ich nach dem Rechten in der Wurmfarm. Und es gibt eine kleine Raubtierfütterung. Ein Teil der Tomaten ist nach draußen auf die Terrasse gewandert. In der Nacht ist es aber immer noch kalt und da kommen die Tomaten rein. Dieses Jahr habe ich ziemlich wenig eingepflanzt und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, weil es ist natürlich nicht alles hier. Ein paar sind noch im Haus, aber es scheint wirklich sehr, sehr wenig zu sein. Die Tomaten haben noch Zeit, mein Hochbeet aber nicht. Der wird weiter befüllt und sogar die Erde von den Pflastersteinen kommt immer wieder rein. Oder die kleine Gartenabfälle. Daneben stehen meine Gartenexperimente in den Pflanzentöpfen, wie zum Beispiel dieser Kohl. Eigene Saatgutgewinnung gibt immer Sicherheit und man lernt die Pflanze besser kennen. Der Kohl geht in die Blüte und daneben Rotkohlstrunk. Ich weiß nicht, das bleibt auch wahrscheinlich nur ein Experiment, ob das überhaupt was wird. Letztes Jahr habe ich Minze im Kartoffelacker eingepflanzt und die hat sich ziemlich invasiv ausgebreitet. Im Frühjahr jetzt kommt sie in so eine Art Bohle, so ein Getränk und schmeckt ziemlich mild. Oder in einen Tee. Kleingehackte Minzblätter in Schokolade, das schmeckt auch mega lecker. Zwischendurch mache ich Selbstentdeckungen und muss wirklich nachdenken. Ganz schnell habe ich die Pflanze dann erkannt. Ja, und jetzt kommt die auch in den Salat. Kennst du diese Pflanze? Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du die mal auf dem Bild erkannt hast. Ich versuche auch Platzsparen zu gärtnern, besonders im Frühjahr, wenn auf der Fensterbank nicht so viel Platz ist. Chilipflanzen mit Stecklingen, das funktioniert auch. Die Pflänzchen werden jetzt vereinzelt und umgetöpft. Und Samio Kulkus, die Pflanze braucht sowieso Ewigkeit. Ich glaube mehrere Jahre, bis die dann gedeiht. Und auch drinnen, jetzt im Frühjahr, gibt es so viel zu tun. Da komme ich kaum hinterher. Ich fange keine Putztutorials an und verbringe natürlich lieber die Zeit im Garten. Die Brombeerbowle mache ich mit einem Schuss Kombucha und mittlerweile habe ich einen Riesenpilz im Glas. Zwischendurch mache ich ein 14-tägiges Kur mit Kombucha. Übertreibe aber nicht damit und der Pilz wächst vor sich hin. Auf 1 Liter Wasser kommt 100 Milliliter Kombucha und natürlich so viele Blätter, wie es nur geht. Ziehen lassen und genießen. Selbstverständlich kannst du die Brombeerbowle ohne Kombucha machen. Schmeckt auch richtig lecker. Zwischendurch habe ich mich immer an die Aufgabe gemacht, den Kompost aus dem Wurmkompost herauszuholen. Wir haben eine 500 Liter Kiste, die aber nur bis jetzt zur Hälfte befüllt ist. Das ist mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb Jahre und die wird einfach nicht voll. Wir kompostieren ziemlich viel, aber die Biester, wie gesagt, sind richtig gefressig. Die Komposterde kommt als nächste Schicht in mein Hochbeet und danach kommen nochmal circa 10 Eimer einfache Gartenerde nochmal drauf. Da muss ich ganz genau schauen, wo kann ich die Erde noch im Garten entbehren. In die Kiste kommen die Steckzwiebeln, Gurken und Erbsen. Sieht das bei euch auch so aus? Bei mir sind die Pflanzen tatsächlich überall. Die Tomaten habe ich zeitversetzt eingepflanzt. Ich glaube, das waren dreimal Tomaten, so als Backup. Wenn eine Schale nicht gelingt, dann werden zwei andere irgendwie schon gelingen. Drei Chili-Pflanzen schafften es zu überwintern und eine Pflanze ist dann letztendlich geblieben, kränkelt aber und ich muss sagen, ich kenne diese Krankheit gar nicht. Es sind so schwarze Flecken oder kleine Tupfer, schwarze Tupfer. Die sind am Stamm und an den Blättern und das kommt gar nicht vorwärts. Hier habe ich nochmal vergrößert das Ganze. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Schreib mir gerne in die Kommentare. Letztes Jahr waren neben dem Kartoffelacker Ölkürbisse. Die sind auch ganz gut gelungen. Dieses Jahr würde ich aber keine Ölkürbisse einpflanzen. Aus einem ganz einfachen Grund. Zu wenig Kerne und die Ölkürbisse haben überhaupt nicht geschmeckt. Die fermentierten Stangenbohnen dagegen haben sehr lange gehalten und ich habe immer noch ein Glas von den Bohnen und die waren in der Suppe ganz, ganz lecker. Mit der Apfelernte vom letzten Jahr möchte ich mein Video für heute beenden. Also für diese Woche ist das erstmal Schluss. Und dann sage ich bis zum nächsten Video und bis zur nächsten Woche. Ach ja, und wenn du meine Experimente natürlich weiter mitverfolgen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Übrigens Daumen nach oben kannst du mir auch geben.